Mit seinem Buch Vielleicht will der Autor Kobi Yamada zeigen, dass in jedem Menschen einzigartige Fähigkeiten stecken, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Hardcover natürlich, Kategorie Kinderbuch, wobei das ist nicht nur was für Kinder, das ist auch was für Jugendliche und eigentlich für jeden Menschen, der irgendwie emotional erreichbar ist. Geschrieben von Kobi Yamada und illustriert von Gabriela Baruch, wenn sie so gesprochen wird. Und zur Verfügung gestellt von meiner bezaubernden und reizenden Freundin. Schatz, Schatz, ich hab dich im Video erwähnt. Mit diesem Buch arbeitet der Autor entgegen der Erwartungen an die Norm von Menschen oder Kindern. Anstelle von so und so musst du sein, ansonsten stimmt was nicht mit dir oder ansonsten bist du nicht normal, hebt er die Individualität und die entsprechenden Stärken oder auch Schwächen hervor. Und zeigt damit letztendlich, so wie du bist, bist du einzigartig und es gibt dich kein zweites Mal. Du bist einfach du. Und mit dieser Einzigartigkeit kannst du Großes bewirken. Bis hierhin wirkt diese Thematik märchenhaft und irgendwie wiedergekaut. Denn die Thematik an sich ist bis hierhin erstmal nicht neu. Der Autor gibt hier aber nicht gezielt irgendwelche Wege vor, indem er sagt, das und das wirst du tun, sondern er zeigt hier Möglichkeiten auf. Vielleicht wirst du Erfinder, vielleicht wirst du eine Bauerin von großen Gebäuden. Vielleicht wirst du aber auch einfach nur da sein und anderen Menschen helfen durch deine Art. Dadurch, dass du vielleicht zuhörst, Ratschläge gibst, solche Dinge. Er zeigt aber auch, dass es manchmal dauern kann und dass es mitunter auch lange dauern kann, bis du deine Stärken entdeckst. Dass du vielleicht auf die Fresse fliegst, vielleicht wieder aufstehen musst, dich richtig aufraffen musst. Dass das Ganze nicht unbedingt immer einfach ist. Und trotzdem gehören diese Erfahrungen mit zu deinem Leben. Und er bestärkt dich darin, dein Leben, so wie du es erleben wirst, auszuleben. Und dein Ich und dein eigenes Leben zu leben. Die Künstlerin Gabriela Barouche hat ein unglaublich liebenswertes, liebevolles, feinfühliges und kindgerechtes Artwork. Und wenn ihr mal auf ihrer eigenen Homepage schaut, dann seht ihr auch, das ist einfach ihr Stil. Das ist einfach immer hübsch. Gleichzeitig bekommen wir hier auch eine Mischung aus realitätsnahen und sehr abstrakten Bildern. Und sie sind in jedem Fall emotional echt stark ansprechend. Und ich kann es nur nochmal sagen, sie sind einfach hübsch. Dieses ganze Buch wirkt einfach sehr verträumt oder träumerisch oder märchenhaft. Es ist sehr emotional, es ist zeitweise traurig, es ist sentimental. Habe ich es schon gesagt? Wenn nicht, dann sage ich es jetzt nochmal. Es ist irgendwie sentimental und nimmt damit mit. Und es ist gleichzeitig sehr bestärkend und es ist einfach hübsch. Habe ich das schon gesagt? Es ist einfach hübsch. Und es ist meiner Meinung nach ein unglaublich tolles Geschenk. Für Kinder sowieso, aber auch für Erwachsene, für emotionale Erwachsene, denen man einfach mal Danke sagen möchte. Danke dafür, dass du da bist. Denn so wie du bist, bist du toll. Denn so wie du bist, bist du, bist du, bist du, bist du, bist du. Oder wie du bist, bist du, bist du? Ja, ich mag du, bist du. Untertitelung des ZDF, 2020